Hallo. Heute kommt leider kein Video. Ich hab mir was eingefangen. Ich weiß nicht was. Ich fühl mich scheiße. Hab die Arschkarte gezogen. Ja. Wir schauen mal, ob ich morgen live geh. Ich guck jetzt The Walking Dead und weiß noch gar nicht, ob ich das nicht viel zu gruselig finde. Der reitet gerade in der ersten Folge in die Stadt und ich hab irgendwie ein schlechtes Gefühl.